Erzbischof Schick, wir sind sprachlos, wenn wir die Bilder und Gräueltaten der Terrororganisation IS sehen und fühlen uns ein Stück weit auch machtlos. Was tut die katholische Kirche in Deutschland für die Christen im Irak? Zunächst einmal, wir sind nicht machtlos, sondern wir sind hoffnungsvoll. Das müssen wir als Christen immer wieder sagen. Wir vertrauen darauf, dass sich Situationen verbessern können. Auch deshalb und vor allem deshalb, weil Gott das Wohl der Menschen will. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir als Kirche immer wieder in solche Konfliktsituationen hineinbringen. Damit Menschen nicht pessimistisch sind, sondern optimistisch und nur Optimisten, die bringen auch etwas für das Wohl der anderen voran. Ein zweites, wir als Christen können für die Menschen dort Solidarität zeigen, wir können für sie beten, das hilft. Wir ermuntern unsere Politiker und dürfen auch ein wenig Druck ausüben, dass sie alles tun, dass dort eine stabile Regierung wieder zustande kommt. Und im Irak, aber auch in Syrien, in anderen Ländern des Nahen Ostens. Damit dort die Menschen leben können, dass Gesetze dort gemacht werden, die für den Frieden sorgen, die nicht irgendjemand diskriminieren. Und dass der gesellschaftliche Diskurs zwischen all den Gruppen wieder zustande kommt. Dann können diese Länder wieder aufatmen. Es kann Frieden dort geben und die Menschen können dort leben. Sie haben heute in der Bischofskonferenz eine Sonderkollekte beschlossen. Was erhoffen Sie sich davon? Sonderkollekten haben immer einen zweifachen Sinn. Einmal einen inhaltlichen, nämlich, dass wir nochmal zu den Menschen rüberbringen durch den Kollektenaufruf, warum die Situation dort dramatisch ist, wie sie geändert werden kann, was die Christen vor Ort tun können. Das werden wir auch in diesem Aufruf zum Ausdruck bringen. Und zweitens bitten wir natürlich um Geld, weil Geld notwendig ist, damit die humanitären Hilfen, die dort unbedingt notwendig sind, auch durchgeführt werden können. Auch aus Deutschland hört man erschreckende Zahlen, wie viele junge Menschen aufbrechen, um im Irak und in Syrien zu kämpfen. Wie kann man dieser Bewegung begegnen? Wir wissen, dass das junge Menschen sind, die auch sozial entwurzelt sind. Nicht alle, aber doch viele. Wir müssen sehen, dass junge Menschen hier bei uns, gerade wenn sie einen Migrationshintergrund haben, gut integriert werden, dass sie gute Beziehungen haben, dass sie nicht zu Einzelmenschen werden, also sich isolieren, weil sie dann leichte Beute sind für solche Radikalisierungen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen auch die Bildung bei uns noch voranbringen, damit eine ganzheitliche menschliche Bildung alle erreicht. Und gesamtmenschliche Bildung bedeutet, dass man auch tolerant und friedlich wird, den anderen in seiner Wirt und in seinen Rechten anerkennt und nicht irgendwelchen Rassen- oder Religionswahnsinn hinterherhängt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen auch den interreligiösen Dialog bei uns noch stärken, damit eine bessere Religionstoleranz bei uns noch mehr sich ausbreitet. Sie sind in diesen Tagen zusammen mit Erzbischof Nona aus dem Nordhirak hier zusammen und können auch mit ihm das ein oder andere Gespräch abseits der Kameras sicherlich führen. Welchen Eindruck machen seine Schilderungen auf Sie? Ich habe ihn ja vor zwei Jahren auch in Mussol noch besucht, da war das noch möglich. Seine Eindrücke sind besorgniserregend. Er ist geflohen aus Mussol. Er ist jetzt mit seinen Christen quasi im Exil. Sie müssen sich in der Kurdenregion wirklich durchschlagen, müssen sehen, dass sie überleben können. Ich spüre, dass da Anspannung da ist, dass da viel Sorge da ist, aber auch zugleich viel Engagement, um seinen Leuten zu helfen, sie zu unterstützen, damit das Leben eben weitergeht. Kommt die Aufmunterung bei ihm an? Ich denke, wenn er hier spürt, dass wir hinter ihm stehen, dass wir für ihn und seine Gemeinde Zukunft wollen, dass das hilft, dass das doch Rückenstärkung und Rückenwind gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.